Musik Hi Leute und herzlich willkommen zum Clash of Clans Rashcore Clan Let's Play Heute am Karfreitag Und ich hatte heute viel zu tun, darum kommt das Video jetzt auch erst abends Und leider wissen auch meine Clanmitglieder nicht, dass ich genau jetzt das Video mache Also nur die, wo jetzt genau online sind Schade, aber ich kann es heute leider nicht ändern Und der Clankrieg dauert nicht mehr lang und ich werde jetzt auch sofort meine zwei Angriffe durchführen Es steht derzeit 36 zu 68 Ich glaube nicht, dass wir den noch gewinnen, aber der Tag ist noch jung, wir werden es sehen Okay, der hat auf jeden Fall seinen Rathus draußen Man bekommt 320 Beute durch 4, weil man, wenn man verliert, glaube ich nur ein Viertel bekommt oder so War es jetzt letztes Mal ungefähr so Das heißt, ich würde dann so, ja, 32 durch 4 80.000 bekommen Das reicht mir Das heißt, den greife ich jetzt zuerst mal an Ja, das ist egal, dass ich jetzt da keinen Stern für unseren Clan bekomme Tut mir leid, aber gewinnen tut mir eh nicht Und ich merke gerade, dass ich einfach keine guten Truppen habe Na Bitte Heilung Jetzt mal hier ein paar Riesen zur Ablenkung Fuck Wieso habe ich hier zu viele gesetzt? Naja, auf jeden Fall ist es jetzt schon mal tot Das Rathaus Der Gegner Hallo Wollte ich mal hier was machen? Du enttäuscht mich nicht Ich soll das Rathaus angreifen Hallo Hallo Deutsch Ja, danke ey Ja, ja, schön Und geil Ja, und da ist der Stern Und ich habe meine Tranus Woa, meine geile Verteidigung hat der Respekt Kampf beenden, okay Und wir bekommen den tollen Kriegsbonus von 320.000 Ja Scheiße Was haben die alle angegriffen, ey Hi, YOLO Muss auf Ja, schade Dann Forder ich hier nochmal kurz Truppen an Was auch nicht viel bringen wird Naja YOLO eben Wie er gerade sagt hat Jetzt können wir mal zuschauen Wie ich meine Truppen mache Also ich mache drei Drauchen Dann haue ich da erstmal rein Zehn wunderbare davon Zwanzig wunderbare davon Keine wunderbaren von den Schweinereitern Dann haben wir noch einen Sprung Ein Wut Das heißt wir packen jetzt zwei Nein, Heilung will ich jetzt keine mehr Ich bin jetzt wütend Und ich will hüpfen, weil ich wütend bin Genau Und Was mache ich sonst noch immer Ich hatte zwar jetzt keine Magier Aber ich mache normalerweise immer 15 Magier Supido So, dann lassen wir das jetzt erstmal So Schade Dass sie jetzt nur das angegriffen haben Aber ich bin halt farmgeil Ich will Ich will hier Beute Ja Genau Dann lesen wir heute mal Alle im Klamic-Leader vor Wie immer Im Tech-Arena Ich Okan Kaitas Finn Lars Seppo Leni02 Eduard Fave01 Leon Doan Killer66 Haha Killer Köppes Lukas Martin Dolomit Yo BSB Josi Tim Disara YNFN21 Yo City Aaron13 Calvin Janisatsplay5 Der hat übrigens YouTube-Kanal Können da mal vorbeischauen Amazing Mosty Steak Steak Messi Chris Kotti Kai Jelilson Simon 50 Yendrik Barbaros Minecraft Marcel Hat auch einen YouTube-Kanal Können da gerne mal vorbeischauen Sind alle beide gut Von den anderen Also wenn hier ist noch jemand Einen YouTube-Kanal Da hat an euch Zuschauer Wenn ihr in einem Clan seid Schreibt einfach Dann kann ich euch auch mal vorlesen Sagen, dass ihr einen YouTube-Kanal hat Hat ja auch seine Vorteile Dann XY Lustiger Smile YYX Mr. Mr. Chiller Isolov Sianos Wolkan Dr. Doom Roman Joni Babu 959 Luca 1308 Die Emma Mr. Morgame Und Alle Torx Und zum Alle Torx Will ich jetzt mal was sagen Weil Der Is Hat nur 421 Trophäen Ist Level 18 Ich zeige ihn euch mal kurz Und Ich habe hier die Trophäen Auf 1200 gesetzt Jetzt fragt euch Warum ist der drin Warum Warum nimmst du so einen schlechten mit rein Ja also der Alle Torx Macht mit mir zusammen Den YouTube-Kanal hier Ja Zufälle gibt's Der Alle Torx Macht zum Beispiel Also der heißt in echt Leon Und macht die ganzen Take It Light Tutorials Und so Und ich mache halt hier die Let's Plays Und so Und darum befördere ich den jetzt auch gleich mal hier zum Mitanführer Und bitte nicht aufregen Der macht mit mir den YouTube-Kanal Also nicht aufregen Deswegen Und ich werde es auch gleich jetzt nochmal in den Chat schreiben Damit die nicht alle verzweifelt sind Was Äh Wieso Äh Ja also Ich habe es euch jetzt gesagt Dann schaue ich nochmal kurz was wir schreiben Level 4 habe ich nicht Geht's auch Ja wurde von Kaiser Team befördert Ja Super Dann habe ich das jetzt mal geklärt Damit da jetzt so eine riesen Mega XXL-Aufregung ist Wir fehlen noch 900.000 ungefähr zum neuen X-Bogen Wolle ich mich schon riesig drauf Dann Ich habe 1.774.155 Du ein helles Elixier Und ich will endlich mal hier auf Level 7 verbessern Damit ich ein bisschen mehr Truppen machen kann Weil das ist echt minderwertig Wie wenig Truppen ich habe Und einen Angriff habe ich noch Den würde ich riesig gern mit euch zusammen machen Aber ich habe hier noch 4 Stunden Zeit Dann lasse ich mir nachher lieber mal Zeit Damit wir hier noch mehr Sterne bekommen Wir haben erst 45 Angriffe gemacht Also erst die Hälfte Wir können noch alles raushauen Dann schaue ich mal kurz wo man noch hier 3 Sterne erbeuten könnte Ja also hier zum Beispiel beim Amit Sami Schwämer mal kurz Ja Den kriege ich auf jeden Fall locker klein Wurde heute schon mal von Yendrik angegriffen Null Sterne Naja Nicht so schlimm Sonst noch was? Ne Ich bedanke mich auf jeden Fall Recht herzlich für eure Aufmerksamkeit Danke dass ihr jeden Tag die Let's Plays zuguckt Dass ihr immer so schön Feedback gebt Das ist wirklich das Wichtigste Gebt Feedback Schreibt wie euch die Videos gefallen Und dann würde ich mal sagen Bis morgen Ciao Leute